Shake it down So, ich hocke jetzt ungefähr seit einer halben Stunde dran, um dieses blöde Video für euch zu machen Aber heute ist irgendwie der Wurm drin, ich habe heute Sprachfehler Deluxe Das heißt, wenn ihr irgendwelche Sprachfehler findet, ist es mir scheißegal Ihr könnt sie behalten und bei E-Mail versteigern oder sonst was damit machen Ich werde euch jetzt einfach erzählen, was ich euch die ganze Zeit erzählen wollte Aber durch die scheiß Sprachfehler ich die Aufnahme immer neu machen wollte Das ist mir egal, was ihr jetzt sagt, ich möchte euch das jetzt einfach nur erzählen Denn Rockstar hat jetzt auf ihrer Social Club Seite die Capture Wochen bekannt gegeben Und das heißt für euch, ihr bekommt doppelt Geld auf alle Captures für das komplette Wochenende Das heißt, ihr könnt die selbst erstellten Captures spielen oder die von Rockstars Auf alles gibt es doppelt Geld Nach dem Wochenende bis zum 26. Mai gibt es doppelt RP Und ich habe da mal so ein Video gemacht, wie ihr richtig schnell levelt mit so einem Capture Das wird sich jetzt extrem lohnen, weil ihr könnt dann bis zu 100.000 RP in einer Stunde machen So, den ersten Part habe ich überstanden Jetzt kommen wir zum zweiten Wenn ihr euch während dieser Capture Woche eingeloggt habt, einmal in GTA Online, bekommt ihr das exklusive Meltdown T-Shirt Nähere Informationen über das Meltdown T-Shirt könnt ihr auf der Social Club Seite nachlesen So, sieht so schon mal ganz gut aus Und jetzt kommen noch die fetten Rabatte Und zwar für beide Kuromas Also für den gepanzerten und für den normalen gibt es 50% drauf Was ich eigentlich sehr geil finde Also für die Leute, die es halt noch nicht haben, weil das Auto braucht man einfach Dann gibt es 50% auf die Turbos Motorleistung und für die Bremsen in Los Santos Customs Für die Autos zum Tunen, falls die Leute das noch nicht wissen Dann gibt es 50% auf Heißbekleidung Ich glaube aber nicht für alle, sondern Ja, auf Ausgewählte Und auf die Heißoverworlds Wer auch immer so rumlaufen möchte Ich weiß es nicht Dann gibt es 50% auf Sprengstoff Sprich auf Granaten, Haftbomben, Annäherungsminen und Raketen Was natürlich für die Leute im freien Modus Finanziellen Vorteil Ja, Sprachfehler Egal, die haben auf jeden Fall jetzt 50% weniger Kosten Für Munition So, und jetzt kommt was richtig Geiles Für die Leute, die den Scheiß Hubschrauber noch nicht haben Der Luxor Deluxe gibt es jetzt auch für 50% weniger Und für den Luxor fällt mir nur das ein So, das war es jetzt mit dem Video endlich fertig Jungs, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen Und alle Infos könnt ihr natürlich auf der Social Club Seite nachlesen Und der Job zu dem Capture Habe ich unten in der Videobeschreibung reingehauen Könnt ihr euch das Video mal anschauen Damit ihr wisst, um was es geht und wie es geht So, ich bin an der Stelle raus Und hoffe, dass ich morgen keine Sprachfehler habe Also Jungs, haut's rein Schönes Wochenende Und Capturet so gut wie es geht Ciao